Ich bin Sorry Styleber187 und mit dabei ist heute der liebe King David David, David, wie man sagen will. Und wir werden heute eine Nerf-Challenge gegeneinander machen. Wir haben beide drei Schüsse, wir werden zwei Durchläufe machen und wer von dem mehr trifft, der hat gewonnen. Es gibt auch Schüsse natürlich, aber wir bestraften. Let's go! Okay, komm, verteilen wir uns mal. Wir machen uns noch schön auf Abstand, weil sonst nicht cool so. Ihr wisst, Chopin! Sollte, wir töten ihn natürlich. Ein Schuss habe ich schon mal geschossen. Der Zweite hat mich gesessen, Leute. Jetzt, den Eckluss mit dem Zweifel kommen. Oh. Kommt mal. Kommt, Alter, das hat geschliffen. Nein, das ist safe nicht geschliffen. Okay, komm, dann mach. Dann greifen. Hier kommt Runde zwei Leute. Runde zwei. Wenn man dann... Jeder Frau hat drei Schüsse. Wer mehr als drei hat. Das ist die Wahl. Das ist die Wahl. Dann nehme ich mal. Ich bin der halbe Tisch, von dem ich sage, dass ich das habe. Äh... Hast du drei? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, drei, zwei, eins. Dann geht's gut. Ich würde sagen, dass... Der zweite ist auch daneben bei mir. Kommt, der dritte muss sitzen. Halt. Ja. Ja. Oh, der hat übrigens noch ein... Rot, Licht. Daher ist schwer, weil ich die Neißer-Rofen habe. Ja, Rot, Licht. Du kannst schießen. Screen cut. Du kannst schießen. Hm? Du kannst schießen. Nein, du darfst ihm keinen Schuss geben. Du kannst schießen, wenn du willst. Der schickt ein zu ein. Nein. Doch. Schickt, der hat mich getroffen. Doch. Der war... Was sagst du? Ja, das würde ich auch mal behaupten. Aber ich habe noch einen Schuss. Rock. Es hat geschliffen, verdammte Scheiße. Aufgetroffen, Leute. Dann wird's dann kommen wie zur Strafung. Einmal so wie die Schussrate, die wir hatten. So, komm, komm, stell dich an die Wand. Ready, schätze, Mann. Bitte, schau nach vorne. Hast du wehgetan, Tess? Ja. Schau nach vorne. Schau nach vorne. Er hat gesessen, Leute. Und jetzt machen wir ein 360. Ich würde sagen, das war die Revanche. Es steht so mit. Habe ich gewonnen. Und damit steht es 1 zu 1. Denn wir haben auf seinem Kanal auch eine Challenge abgedreht. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.